Ja, ich bin der Christian Kleinhans, pädagogische Leiter bei medien- und bildung.com. Das ist eine Organisation, die zur Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz dazugehört. Wir machen Medienbildung mit ganz vielen verschiedenen Zielen und Altersgruppen. Das geht los mit dem sogenannten Medienpädagogischen Erzieherinnen-Club. Das ist Multiplikatorenausbildung für die Kita. Geht über die Schule, Ganztagsschule, das ist auch mein Bereich, den ich direkt betreue. Und bis hoch zur Elternarbeit, Erwachsenenbildung, Lehrerfortbildung und so weiter. Uh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe viele Favoriten, aber ich nehme jetzt mal gezielt eins raus, was ich direkt mitbetreue. Als pädagogischer Leiter habe ich ja eher koordinierende Funktionen. Aber ich bin, weil das ein, ich sage mal, ein Randthema eher ist bei uns. Ich bin für die digitale Medienbildung in der Schule zuständig, die mit Plattformen zu tun hat. Also E-Learning, E-Portfolio-Arbeit ist ein ganz besonderes Steckenpferd, wo ich mir viel von erhoffe. Da geht es um den Übergang Schule-Beruf, Berufsorientierung und quasi Kompetenzerfassung, Kompetenzbeschreibung, lebenslanges Lernen auf einer E-Portfolio-Plattform. Also da geht es konkret um die Plattform Mahara. Das ist ein Open-Source-Tool, was zu Moodle dazugehört. Also, naja, ist eigentlich falsch formuliert, es ist eine eigenständige Plattform. Aber das Mahara-Team kollaboriert sehr eng mit dem Entwicklerteam von Moodle. Das ist eine etablierte Lehr-Lern-Lösung, die es eigentlich weltweit gibt und die millionenfach eingesetzt wird und die eben sehr gut geeignet ist, sie schulisch zu nutzen oder auch an der Hochschule. Das sind die zwei Hauptsysteme, wo sie zum Einsatz kommen. Und mittlerweile ist eben diese Ergänzungslösung Mahara so stark fusioniert mit diesem Moodle-Projekt, dass man da genial eine ganz tolle Plattform daraus bauen kann für didaktische Zwecke. Na, da sage ich mal ganz offensiv das, was ich mir wünsche oder erwarte von größeren Organisationen, die einfach von ihrem Wissen, von ihrem Personalstamm und auch von ihrer finanziellen Ausstattung die Möglichkeit haben, die Zukunft ein bisschen mitzubestimmen. Das klingt jetzt sehr optimistisch, aber das, was ich denke, was wir bringen müssten als Organisationen in Deutschland, die mit dem Thema Medienbildung wirklich sich professionell beschäftigen, ist Plattformlösungen zu schaffen oder Modelle zu schaffen, technisch gestützte Lösungen, die die Didaktik unterstützen und die Lernen einfacher machen. Also medienbasierte Systeme zu entwickeln, die für das Lernen da sind und die von Leuten, die sich nicht jeden Tag intensivst mit Medienbildung auseinandersetzen können, so wie Lehrer, wie Multiplikatoren allgemein in der Bildung, die die wiederum in die Lage versetzen, zeitgemäße Projekte mit Medien umzusetzen. Also diese Berührungsängste zu nehmen einfach, Systeme zu schaffen, die für die Pädagogik passen und die ohne ganz, ganz viel Einarbeitungszeit funktionieren und die relativ ausfallsicher sind. Untertitelung des ZDF, 2020